Hallo du da draußen! Wir die Sternallee haben jetzt eine ganze Weile nichts mehr von uns hören lassen, aber wir waren kreativ und haben viele neue Songs geschrieben. Und damit nicht nur du was davon hast, brauchen wir genau deine Hilfe. In wenigen Monaten sollen diese neuen Songs als fünftes Studioalbum aufgenommen und produziert werden. Und dieses neue Studioalbum soll den Namen WIE DU BIST tragen. Leider hat uns da Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und alle Konzerte, die wir spielen wollten, um das nötige Geld einzunehmen, sind leider ausgefallen. Und aus diesem Grund machen wir es diesmal ganz anders und wollen mithilfe von Euch und mithilfe von Crowdfunding unser fünftes Studioalbum produzieren. Du zahlst jetzt schon für die Dinge, die du dann später von uns bekommst. Zum Beispiel bezahlst du jetzt schon eine CD und erhältst sie dann zu einem Zeitpunkt, wo andere sie noch gar nicht erwerben können. Oder du schließt mit uns einen Vertrag über ein Wohnzimmerkonzert. Wir bekommen das Geld jetzt schon und zu einem vereinbarten Zeitpunkt bekommst Du von uns dann Dein Wohnzimmerkonzert. Unter dem angegebenen Link findest Du den Weg, wie Du uns und unsere CD unterstützen kannst. Auf der Seite findest Du die verschiedenen Pakete und Angebote und selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, uns einfach so finanziell durch eine Spende zu unterstützen. Und keine Angst, sollten wir unsere angesetzte Summe nicht erreichen, bekommst Du jeden Cent wieder zurück. Wir freuen uns riesig, wenn Du Teil von unserer Platte wirst und wenn es möglich wird, durch Deine Unterstützung unsere neuen Songs für viele, viele Menschen hörbar und erlebbar zu machen. Und wir danken Dir von Herzen für Deine Unterstützung und sehen und hören uns dann im Herbst.